Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War. South Mountain, 14. September 1862. Lee hat Maryland und damit zum ersten Mal einen nördlichen Staat betreten. Er hat Longstreet mit dem rechten Flügel der Rebellenarmee bei Bonesborough eingesetzt. Sie müssen einen Teil ihrer Armee durch Foxgap und Turnersgap bringen und Longstreet angreifen. Der Rest ihrer Armee wird versuchen, die Belagerung von Harpers Ferry zu durchbrechen und die Besatzung, die vom Jacksons linken Flügel der Rebellenarmee angegriffen wird, zu entlasten. Okay, wir müssen jetzt gegen den ihre Verteidigung anlaufen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 20 Brigaden brauchen wir. Und was nehmen wir? Was nehmen wir? Das sind zwei Plänkler drinne. Okay, da haben wir 21.000 Mann. Hier haben wir 31.000 Mann. Ach, was soll's. Komm, die brauchen Erfahrung, gell? So, dann kommt das zweite Korb ran. Hoffentlich ist es jetzt kein Fehler. Wir werden es gleich sehen. Let's start. In general, die Rebellen haben sich zwei Divisionen eingesetzt, um Foxgap und Turnersgap am South Mountain zu bewachen und ihren Vorstoß gegen Langstreet zu blockieren. Sie müssen angreifen und einen Durchgang für die Armee sichern. Seien Sie vorsichtig, denn der Feind hält einige starke Optionen in ihren Höhenlagen. Äh, Option. Ey, Alter. Position. Viel Glück, General. Oh, Mensch. Ich muss mal kurz Kaffee trinken. So spät ist das noch gar nicht. Das kommt davon, wenn man keinen Mittagsschlaf hatte. Dann ist man abends müde. Nein, so alt bin ich auch noch nicht. Ähm. Oder besser, aus dem Alter bin ich raus. Ah, die sind hier schön in Deckung. Dann gehe ich lieber, 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 lieber hier rüber. Da habe ich auch den Kampf im Wald, aber ich muss diesen verfickten Hügel nicht hoch. Und ich muss hier nicht übers Wasser. Das heißt, wenn hier Kanonen sind, wir kommen aus der Deckung. Also es ist hier eine reine Todeszone. Nö, nö, nö. Ich versuche... Oh, ich muss mal kurz mich umsetzen. Wir versuchen komplett durch den Wald zu kommen. Ja, ich sehe gerade, die stärksten Einheiten sind halt 2000 Mann, aber davon haben wir wenigstens ein paar. Ich würde hier auch gar nicht groß. Aber wir könnten mit den Kanonen zentral in die Mitte gehen. Ich würde sagen, ein paar schwache. Die vier. Die restlichen kommen nach unten. Aber vier haben wir. Und der ist schon spezialisiert. Auf den Nahkampf. Dann gibt man so einen Umgebildeten noch mal mit. Können wir ja schon mal ein paar Meter sparen, ne? Oh, wenn da Kanonen reinfliegen, Alter. Wir treffen sie auf jeden Fall. Ja, was mache ich mit dir? Kannst du mal da hinreiten. Start the battle und pausiert das Battle. So, wir haben Infanterie. Infanterie, ran. Ran. Und ran. Munitionswagen und Schirme in Deckung. Die Kanonen hätte ich gerne. Alle zentral erstmal hier. Das muss ja reichen. Dass sie den Hügel in Beschuss nehmen können. Cavalry da rein. So, ihr seid alle jetzt wilde Läufer. Hier hin. Oh, nee, das wird nicht klappen. Hier aufteilen. Ja, laufen wir schön zickzack hier. Dann starten wir mal das Gefecht. Mal gucken mal, ob ich hier so die Entscheidung richtig sehe. Hier sind Kanonen. Und es sind wirklich Einheiten schon hier. Scheiße. Ich glaube, meine Einstellung war falsch. Haben wir noch Truppen? Sind da schon fast im Feinkontakt. Nö, renn wir mal weg. Renn wir mal weg. Oder da rein. Ja, renn wir mal da rein. Lass die mal kommen und dann... Nee, hier. Ähm. Scheiße, die kommen mir ja schon entgegen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Gott sei Dank, habe ich ein paar Einheiten zurückgelassen. Hat aber nichts gebracht. Scheiße. Feuer. Feuer. So, auf die Nächsten. Ja, jetzt sind wir hier mittendrin. Statt nur dabei. Aus kann ich weiterlaufen. Ihr habt da schon Spaß. Genau, lauf da mal hin. So, Kanone nachrücken. Kanone nachrücken. 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 Und dahin. Scheiße. Hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir ja vorgestellt habe. In meiner Fantasie sah das viel besser aus. So, hier steht ihr schon in zweiter Reihe. Braucht ihr doch nicht. Weiter hier hin. Hopp, 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 hopp. Kommst du da ran? Ja, nicht ganz. Komm mal ein bisschen weiter ran. Könnte mich quasi von hinten angreifen. Aber das mache ich auch. Oh, die waren flankiert. Wo ist meine Kavalerie? Feuer. Okay, jetzt ziehe ich zurück. So, weiter. Und weiter. Weiter. Hol sie dir. Hol sie dir. Wheeler, hol sie dir. Okay, ruhig bleiben, Männer. Halt. Na los, Männer. Ran da. Ran an den Schnitzel. Hol sie euch. Hol sie euch. Hol sie euch. Und halt. Du rennst uns weit vor. Genau. Hol sie euch. Und immer weiter rein. Feuer. So, jetzt haben wir hier quasi eine Reserve. Dann gehen wir hier außen lang. Geht ihr so lang? Ist das ein Mo... Ist das hier Sumpf oder was? Wird es da was? Einmal töten bitte. Einmal töten. Zieh die Kanone schon mal weiter ran. Die auch schon mal. Ihr könnt auch weiter ran. Ey, das gibt es doch nicht. Ne, ihr macht das schon. Ihr müsst das halt da hinkriegen. So, die haben wir. Obwohl ihr mal den ausguckt. So, dann so weit nach vorne. So, weiter hierher. Dann müssen wir sie nur aus dem Wald rauskriegen, ja. Warum ist er flankiert? Renn in den Wald rein, du verdammter Wheeler. Warum hast du so viele Leute verloren? Hier, ihr zieht euch mal zurück. Ah, ne, besser nicht. Da hinten ist er fein. Das sind Kanonen. Das ist nix. Haut ab. So. Ich hab die Befürchtung, dass da noch der Skirmisher ist. Deck mal mit auf, dann. So, ran. Und weiter. Oh, die brauchen da Ewigkeiten, bis sie durch sind. Oh, jetzt. Warum sortiert er das nicht gleich klug? Muss man alles per Hand machen, verdammt. Wenn ich hier eine Reihe nehme, dann können die doch von sich aus logisch sich schon mal aufstellen, verdammte Scheiße. Kriegen sie nicht hin. Die stellen, die KI nimmt dann die Einheiten so, wie sie es gerade passen. Ist doch voll Banane. Oh, die sind getarnt. Bleibt ja. Geben ist weg da. Haut ab. So, gehen wir die Skirmisher da, damit die Kavallerie am Leben bleibt. Und ihr schießt alle brav auf den, ja? So. Könnt ihr euch da jetzt mal aufstellen. 1,46. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Schön den jagen und Kavallerie von hinten. Komm. So, Kanonenspaß. Alle Mann. Feuer. Weiter. Und ihr müsst auf die... Ah, halt, 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 halt. Zurück. Geh dich. Kannst weiter schießen. So, nun weiter vor, um die Kanonen in Angriff zu nehmen. Weiter vor. Weiter. Warum renst du weg, du Horst? Oh, die Pferde ziehen sich zurück quasi. Das ist nicht gut. Halt, drehen. So, alle Kanonen. Feuer. So, was hat ihr doch da hinten? Kommt denn mal weiter ran. So, Wheeler, hast genug gekämpft. Gefangene. Gefangene. Und jetzt hier mal hinten Deckung. Jetzt alles töten, bitte. Kanonen, volle... Kanonen, volle... Nein, nicht bewegen. Schießen! Nachrücken. 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 Ah, Lieutenant wurde verwundet. Einer. Und du machst den da. Einer Kanonen. Feuer, Feuer, Feuer. Ich weiß, unsere Lane wird auch abhauen, aber... Na gut, Charge, komm. Die wollen es so, dann kriegen sie es auch so. Feuer. Halt. Hier, der sieht gefährlich aus. Auf den drauf. Auf den. Na, kommt dran. Gut. Puh. Komm mal zurück. Formieren und haut ab. Ruckzug. Das gefällt mir doch. So kriegen wir sie weg. Das Dreckspack. Jetzt können wir die Kanonen mal nachziehen. Du kannst dich da positionieren. Die Kanone kann da hin. Naja, es ist los. Das ist schon wieder... Das ist, was ich meine. Ah. Jetzt musst du echt alles mangeln. So. Wir müssen hier ja weiter wegrutschen. Ja, du, komm mal hier. Zack. Wir müssen Whiplader wegkriegen. Damit wir Anderson und die Leute unter Druck kriegen. Hm. Ich würde sie gerne noch weiter wegkriegen. Kommt nicht ganz dran. Also, jetzt. Alt. Der läuft. Wir brauchen mal einen General. Sherman. Hol ihn zurück. Oh, hier ist noch ein Lane. Komm mal her. Du kannst ja auch quasi da so ein bisschen unterstützen. Ah, ist schon wieder dabei. Und wieder zurück. Okay. Oh, die kriegen wir schon weg, die da. Die kämpfen auch wieder gegen Jackson, den harten Typen. Der nur durch seine eigenen Leute sterben kann. Oh, die kommen rüber. Ah, die sind schon da. Dann auf die nächsten. Wieder, genau. Lane stelle ich mal da in zweiter Reihe. Oh, Ender sind halt angegriffen. Die laufen fantastisch. Die laufen auch. Jetzt kommt Grippley. Siehste, das wird doch. Jetzt hinterher auch Raustreiben aus dem Wald. Das ist mein Wald. Ich hab den grünen Daumen, ihr habt nichts. Ich soll die Kanonen wegkriegen. So, weiter nachrücken. Weiter nachrücken. Hier warten wir noch ein bisschen. Läuft. Auf die Mitte. Das, was wir hier gerade machen, das wäre uns hier passiert, glaube ich. Das war schon gut, dass wir die andere Seite genommen haben. Hey, da war die Weiss. Nein, da war die Weiss. Ja, da war die Weiss. of die Weiss. Oh, keine Munition mehr. Ja, bleib mal da und, äh, save den Point. Ja, das könnte ich jetzt ruhig nach Hause tragen, das Kind, aber wir schnitzeln uns noch weiter vor. Ah, komm mal hierher. Ja, ich glaube, einen großen Angriff brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Die letzten 10 Minuten in-game quasi. Okay. Okay. 行, oh, bleib mal von Wir? Wir 부분 conversions! Ja! Zuh! Halt, bleibt mal stehen, mein Freund. Und damit wir sie weiter zusammenschießen können. Gut. 3000 Verluste. Das ist ja nichts. Haha. Aber wir waren noch deutlich in Überzahl. Thomas Jackson, James Longstreet. Haben wir in die Flucht geschlagen. Ja, 3000 Mann. Ich hatte jetzt mal meinen ganzen Ruf ausgegeben. Hatte 100. Hatte mal ein bisschen Kanonen gekauft. Ein paar tausend Mann. Ein bisschen Geld. Also es sieht ganz gut aus zur Zeit. Gab's hier einen Stufenaufstieg. Nur einer ist ein bisschen wenig. Kann man hier schießen, schießen, Nahkampf. Dann bist du jetzt auch mal Nahkampf. Ja. Oh, da haben wir auch noch einen Stufenaufstieg. Schusswaffen, Nachladezeit. Nachladezeit. Genau. Ich kann mal... Ups. Naja. Dann sind es jetzt hier die Schützen. So. Ja, Lane brauchen wir Ersatz. Was haben wir da? George Meat. Ah, Meat. Ja, den habe ich eigentlich gekauft. Der sollte eigentlich das fünfte Korb haben. Hm. Ist jetzt doof. Kann ich mir ja keinen kaufen? Der ist bescheuert. Ich will die Mieter für nicht verwenden. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich gründe ein neues Korb mit dem Meat? Okay. Okay. Ah, Ausbilder. Munition. Nicht Ausbilder. Wenn ich den jetzt nehme. Den Lane. Ach, scheiße. Gut. Dann kriegt die Brigade niemanden. Ist alle. Wir haben alle Offiziere aufgebraucht. Gut. Was haben wir nächste Schlacht? Oh, ist da Antitam. Der wird aber ein bisschen länger dauern. Minus 5 der Armeegröße. Minus 2,5 der feindlichen Armeegröße. Also minus 10% der feindlichen Armeegröße. Ja, das wird jetzt wieder spaßig werden. Dann versuche ich nochmal irgendwie... Hier habe ich es ja schon. Irgendwie versucht, überall 2000 Einheiten reinzukriegen. Warum haben wir hier sowas krummes? Kriegen wir nicht Grünschnäbel rein? Ach, dann haben wir wieder zu viel Neger... Ich will nichts Negatives haben. Ja, Lane hat Pech. Dann setzt aus. Hier sind alles halt noch frisch eingekaufte Einheiten. Mit wenig bis null Erfahrung. Die kennen Krieg nur vom Computer spielen. Na gut. Dann sehen wir uns nächstes Mal am Antitum oder wie man das auch mal aussprechen mag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne einen Like oder einen Kommentar oder ein Abo da. Na, ich würde mich über alles freuen. Ich freue mich immer über alles. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.